So, mal ein kleines Zwischendurch-Mini-Info-Sonst-Was-Video Und zwar mit der Beantwortung einer Frage und einer Bitte an euch Die weniger ernst gemeint ist, aber egal Auf jeden Fall, ähm, über die Zeit hin haben viele gesagt Facecam, 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 bla 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 Das natürlich schwer ist auf einem Kanal, wenn man immer seine Stimme gezeigt hat Ein Bild da mit reinzubringen, also sich selber dann auch zu zeigen Denke ich, muss man dennoch irgendwann diesen Schritt machen Und da setze ich mir gleichzeitig eine Bitte dran Denn ein guter Freund von mir und ich haben aus Spaß bei einem Internet-Rap-Turnier mitgemacht Wir können nicht rappen, das müssen, also er kann rappen, ich kann nicht rappen Klingt alles ein bisschen scheiße und deswegen vielleicht nicht so sehr darauf achten Doch in der Beschreibung stehen die beiden Links dazu, zu diesen Rap-Runden Und deswegen, ja Wäre super, wenn ihr da einmal raufklickt und einfach mal den, ja, scheiß liked Also, wir heißen der Zwang und der Zwinge, nur damit ihr es wisst Ich bin der Zwang Und einfach mal diese Seite liken, wie ihr könnt Und damit ihr schon mal wisst, worauf ihr euch einstellt Das bin ich Ein Bild von meinem Freund, glaube ich, braucht ihr da nicht Auf jeden Fall einfach unten mal auf den Link klicken Liken und am besten gar nicht anhören Auf jeden Fall vielen Dank, tschüss Ich bin der Zwang